das dauert zu lange das dauert zu lange also hier ist coole schrotflinte angesagt da liegt medikit nehmen das mal mit ach ist man wieder da er hat eine andere waffe kommt mit dem andere war das ist kacke mit der egal los geht man hier unten legt eine waffe mit zielfernrohr ist egal brauchst du die visier scheiße die chillt hier einfach um die ecke wartet mal die weg ja ich hätte beinahe ob das kann die geschehen der kann das da kommt was großes hier liegt was Da liegt ein Defi oder irgendwas Kann man gebrauchen immer Ja ich kann aber nie mitnehmen Doch warte mal ich nehme mit Wartet Spucker Entspuckt Ich bin zum Kotzen mit diesen Rückflüchern Erstmal das Nachladen wieder Das alles voll ist Du sollst Du sollst nachladen Lad deine Pfanne nach Fettes Gehölz Und aus geht's Geh mal mehr links ich Hier Zunge Zunge hinten Luis Misty läuft noch rum Ja ja ich weiß ich hab bloß die Zunge weggeschossen Damit Luis freikommt Ich bin zum Kotze rum Wo ist das? Bei mir Wo bist du? Gucken Hier oben ist wieder der Zunge-Typ rum Ach hier bist du Da liegt die Ja weil ich hatte noch einen Platz Ich traurte das Ding Schurkenvieh ist tot Da oben kommt ein Springer Springer Lass ihn springen Ich meine eigentlich hier hoch Oder... Aaaaah 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 I lade nach Yeah! Bah! Familien-Spaß! Boing, boing, hau ich mal. Lade nach! Lade nach! Lade nach! Huuuuhh... Marthe, ich hab was für dich. Lade nach! Warte mal, ich geb auch mal eine. Wenn er sich da noch besser fühlt, ich weiß bloß nicht, was er es bringen soll. Weil dadurch geht die Heilung eh nie hoch. Ehm ja, aber du hast dafür kurzzeitig mehr Heilung. Ich nehm Tabletten. Ja, gib ihm lieber Tabletten. Ja, wo ist er denn? Hier ist er. Er läuft da rum. Müssen wir nach oben laufen? Hier kommen wir doch von hier oben. Kinko, was ist los? Bist außer Kontrolle? Wer ich? Soll ich jemanden ein bisschen defi'n? Nee! Am besten wir gehen hier runter. Oh, Waffen! Oder? Waffen? Nee, nix, Schatz. Nein! Schneid nein! Lade nach! Nimm's weg! Pfff! Pfff! Da hinten liegt Puma kurz herum! Ey, knuffel! Ich hab' auch Pippele! Luh, ich könnte es mal nehmen. Ich hab' auch Pippele! Luh, ich hab' auch Pippele! Luh, ich hab' auch Pippele! Luh, ich hab' auch Pippele! Da ist ein Springer! Vor uns ist ein Springer! Wir sind zurückgelaufen! Habe ich doch gesagt, wir sind hier hergekommen! Sind wir jetzt nicht von dort oben gekommen? Hehehe! Fängerwald, nehmen wir durch! Einfach... Einfach mal ein bisschen geradeaus und jetzt... ...recht sich halten! Pass auf! Hinter uns! Was? Äh, jaaa! Ja, wir sehen schon! Der böse Mann im Wald! Da geht's rein! Hier rein! Hier ist, äh, richtiger Sprengstoff! Richtiger Sprengstoff? Meinst du die Bombe gerade? Ja, ja, ja! Die Bömmchen! Pass auf, die Witch! Ne, ist diesmal ne! Oh, klasse! Das ist was anderes! Geil! Wieso, rennst du dort rein? Ich dachte, hier in der Ecke wär' ich sicher! Ey, falsch gedacht! Ist nicht so... Die ist besser, die Schrotflinte! Warte mal kurz! Hier gibt's Waffen! Die schießt mich schneller hintereinander! Ja! Oh! Hinter vor uns! Ähm... Weggeschnippt! Wir legen Waffen esa. Ja, direkt auf! 1500 Kugeln rein. Die Gleise! Ach, 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 ach Ich bin eine Bitch! Hoffentlich wackeln wir sie jetzt hier mit ab Was? Hast du? Also hier ist die Vielleicht da vorne Aus! Bitter! Oh Gott! Luis muss auch noch gehalten werden Wo ist denn der? Halb Deckung, Mathe, halb Deckung Wer schießt denn hier? Tja, frag mal Lichter sind aus, gell? Diesmal rennen wir aber vorbei an der Bitch Der hätt sogar so weit gesprungen, dass... Ich bin ja weggelaufen extra von diesem Arschloch Sei mal ruhig Einfach rechts, einfach links vorbei Einfach links vorbei Und hinten ins Haus rein Wo waren wir das Haus? Unko links Ginko komm zurück, Ginko komm zurück Die Brücke können wir sicher platt machen Hinter dir! Wieso stehst du in der Tür? Weil dort hinten... Dort hinten gibt's doch eh wieder Nimm der Manns Zeug! Wechseln die Tür in die Tür Welche Tür? Ja, wo man reinkommt Die war doch eh... Hey! Immer gleich zumach die Tür Und das ist das Beste Die war doch eh... Die war doch eh kaputt die Tür Mag's zwar sein, aber du äh... Das hältst du für paar Sekunden auf Meinst du? Du hast immer vorgewarnt Wenn einer reingestürmt kommt Hier gibt's Waffen! Nimmst du den Defi mit neben dir? No! Gute Idee Hier sind Waffen! Haben wir hier sowas wie eine Bombe oder sowas? Ne, wa? Lade nach! Uppala! Da kommt was! Ich... Hinten nicht! Hinten! Hier gibt's Waffen! Rattel! Na toll! Hey, hier gibt's Waffen, Leute! Ach, Mensch, Ginko! Mach doch mal nie! Was, was war denn los? Ich spuckt alles voll, ja! War alles jetzt klipprig, eklig wieder Naja, Entschuldigung, ich hab halt schlüpfen Ja, das könntest du nicht machen jetzt jetzt Ja, aber... Es sind überall Viren drauf Los geht Wollen wir jetzt... Wollen wir jetzt nicht durchrennen? Lade nach! Ah! Ich hab so sicherheitshalber ne Granate mit Also, los, rennen! Rammeln sie die Brücke! Wie hast du das vor uns gemacht, Ginko? Ah, hier! Wir müssen hier durchs Ding den Hebel machen! Ich hab den Hebel gedrückt! Ja, und jetzt muss ich wieder los! Ja, aber... Irgendwo müssen wir doch lang! Das ist ja dann egal! Der Zug hinterher! Der Zug kommt vorne! Verschaff uns mal Platz! Verschaff uns mal Platz! Granate ist unterwegs! Ja! Das ist gut! Jetzt einfach nur nach vorne ran! Dauer das Ausrufezeichnis! Dauer das Ausrufezeichnis! Einfach rumsprallen! Boah, für nö! Danke! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Zunge! 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 Kommst du hoch? Warte, auf 3, renn mal. Warte, lass Ginko erstmal heilen. Hey, es geht nicht mit heilen. Es hilft vorstürmen. Doch, sie muss heilen, sonst kommt sie nicht durch. Okay, ich heil schon von vorne, alles weg. Sie ist geheilt. Oh, das Scheiße. Oh, das ist sicher ein Ding. Oh, B3. Ich klinge. Ich habe einen Charger. Ich habe einen Charger. Ich habe einen Charger. Jip. Ja, ordentlich. Raus, raus. Raus, Charger, mach auf. Nein, jetzt bleibt sie dann von uns. Ich habe einen Defilator. Ich brauche Munition. Ich habe Defilator mit. Ja, hol dir Munition. Wo ist denn die? Ich habe keine Munition, Mann. Doch, hinter dir. Doch, da haben wir euch. Ah, gut. Scheiße, verdammt. Wer hätte die Tür auflassen sollen? Da haben sie reingekommen. Ja, und? Aber da hätten wir aber Ginko nochmal hochholfen. Ja, aber ich hätte, wie gesagt, keine Munition mehr. Ich doch auch nicht. Also, ich hätte es schlecht ins Verteidigen können noch. Weil so ein Ansturm käme. Ja, Ginko, bis draußen. Tschüss. Ich lock dich aus. Jawohl, ciao. Ey, jetzt müsstest du so einen Balken sehen. Ginko verlässt das Spiel.